So, jetzt haben wir hier so einen Hygiene-Eimer und können mal reinschauen, was da so drin ist. Also, wir haben ganz viel Seife, ganz oben drauf. Dann haben wir hier, das sind so sanitary towels, nennt man das. Also die Frauen benutzen das unterschiedlich, manche als Handtücher oder als alles Mögliche. Also, die Frauen sind da sehr erfinderisch, was sie damit machen. Dann haben wir hier Zahncreme und Zahnbürsten natürlich. Und es gibt jede Menge, ja, so eine Art Kernseife zum Wäsche waschen. Ganz unten, das hat uns gestern eine Frau erzählt, das fand sie ganz toll, dass das da mit drin ist. Sind auch Nagelklipper. Und dann gibt es noch dieses Schöpfeimer, die sind für die Toiletten. Weil man dann quasi nach der Toilette nochmal mit Wasser nachschöpft oder nachspült. Und deshalb ist auch ganz wichtig, dass man sich natürlich nach der Toilette die Hände wäscht. Weil es auch nicht unbedingt das sauberste Wasser ist. Und für die Damen haben wir hier noch die sanitary napkins, nennt man das hier. Ja, und damit ist eigentlich erstmal so eine grobe Grundausstattung für die Familien vorhanden. Und man sieht natürlich auch, dass das sehr gut angenommen wird. Und wurde uns auch schon mehrmals jetzt erzählt, auf unseren Besuchen gestern, gerade von den Frauen, dass sie da sehr, sehr dankbar für sind, dass sie erstmal Wäsche waschen können, dass sie sich waschen können und ich glaube, das trägt ganz viel zum Wohlbefinden bei.